Ich bin seit einem halben Jahr bei Siemens und seitdem ich hier bin, komme ich jeden Tag mit einem Lächeln zur Arbeit. I come from India and I have done my engineering in Agra in Elektronik und Kommunikation. Als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, hatte ich von Siemens das Bild des trägen Großkonzerns und von daher war es einfach für mich uncool zu Siemens zu gehen. Ich bin dann eben zu Siemens gekommen und ich habe mit meiner Bewerbung und den Gesprächen, die ich geführt habe, Siemens als frisches Unternehmen erlebt, als Unternehmen im Wandel, als offene Kultur. Und diese Kultur ist nicht nur zu einer Region, weil ich heute in Deutschland bin. Ich bin so dankbar, dass ich so viele gute Kollegen habe. Sie sind so schön, dass ich jeden Tag zu Hause bin, vielleicht in Deutschland, vielleicht in Indien. Mir ist es sehr wichtig, mich persönlich einzubringen und ich glaube, das ist auch normal, wenn man direkt nach dem Studium kommt. Da hat man so viel Veränderungsdrang in einem und möchte die Welt verändern. Und hier bei Siemens denke ich auch, dass ich das kann. Was macht ein Customer-Ingenieur? Es geht darum, Siemens wettbewerbsfähiger zu machen, sowohl was die Kosten betrifft, als auch was den Nutzen oder den Wertbeitrag betrifft. Wie können wir unsere Produkte verbessern oder unsere Projekte verbessern, um den Kunden mehr Nutzen zu bieten bei gleichzeitig geringeren Kosten? Es ist technisch, es ist kommerziell. Am Ende des Tages fühlt man sich vollständig gefühlt. Das ist etwas, das ich immer wollte. Der Job als CV-Eler ist sehr abwechslungsreich und cross-funktionale Kommunikation ist es A und O. Wir unterstützen sowohl Engineering, Einkauf, Entwicklung, Projektmanagement, Produktmanagement mit Ideen und konkret umsetzbaren Maßnahmen, die Produkte zu verbessern. Ich war schon immer sehr neugierig, wissbegierig und ehrgeizig, immer wieder Neues zu lernen, über mich auch hinauszuwachsen, also die Herausforderung, diese zu meistern. Und man möchte jedes Mal weiterkommen, schneller werden und das treibt mich an. Life should be exciting. You need to travel, you need to explore, you need to, you know, see different cultures, how different people are and just adopt the good things. Für uns als Cost-and-Value-Engineer ist das Thema Networking sehr wichtig. Meine Ziele bei Siemens sind, weiter mitzuwirken bei dem Aufbau dieses Netzwerks. Ich kann überall arbeiten auf der Welt, wo ich möchte. Ich kann mich entwickeln in jede Richtung, die ich möchte. Mit Siemens steht einem die Welt offen. Ich komme aus einer kleinen Partie in Indien und sehe, dass ich heute in Deutschland sitze, arbeiten auf einigen globalen Projekten. Ich sehe, dass ich in guten Händen bin und ich sehe, dass mein Zukunft sehr schön ist.